Und als Halbjudin kann ich wirklich sagen, hier sind keine Rechtsextreme und auch kein Antisemitismus vorhanden. Und die Öffentlichen, Rechtlichen, die komplett jede Diskussion, Interview zu schneiden, wie es bei mir gewesen, wie es bei mir war, bei ZDF. Sie haben meine Herkunft komplett verändert, weil es eben unbequem war und die äußere Erscheinung von der AfD verändern könnte. Dagegen sollte man wirken und die AfD unterstützen an dem, was sie eigentlich vorhat. Das sind ja wirklich sehr gute Ansichten, super Programm, was man wählen sollte.